Langeweile Langeweile Mit Brigittis neuen Sommerpullis steckt der Sommer voller Überraschungen. Egal welchen sie sie stricken, der Sommer gehört ihnen. Brigitte, immer die schönsten Sommerpullis. Ja, bitte. Guten Abend, Sie können mir bestimmt helfen. Was tut man am besten gegen Flecken und Belege auf den dritten Zähnen? Nehmen Sie von Anfang an Correga-Tabs mit Bioformel. Hier Gebissmaterial mit Blaubeerflecken künstlich verschmutzt. Die Reinigungskraft von Correga-Tabs mit Bioformel bekämpft selbst schlimmste Flecken und Belege kraftvoll und gründlich. Macht mikrobiologisch rein. Correga-Tabs mit Bioformel. Mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit. Na, ihr süßen kleinen Zendis, wer von euch geht dann heute mit mir nach Hause? Himbeer, Aachener Flümli, Johannisbeer. Wissen Sie, warum ich die süßen kleinen von Zendis so sehr liebe? Die sind immer so frisch, weil die gar nicht erst alt werden. Zendis Frühstückskonfitüren, immer fruchtig, immer frisch. Öfter mal was Frisches. Zendis. Entdecken Sie das Geheimnis der Tropen. Das Geheimnis samt weicher Haut. Pons Feuchtigkeitsmilch mit echter Kakaobutter und wirksamen Feuchtigkeitsspendern. Zieht schnell ein. Pons Feuchtigkeitsmilch mit echter Kakaobutter. Das Tropengeheimnis samt weicher Haut. Hey, was gibt's denn Neues zu knuspern? Chocolate Chips. Knusperchips mit zahmter Milchschokolade. So lecker und leicht, dass jeder drauf liegt. Chocolate Chips. Zum knuspern leicht. Neu von Sarotti. Es ist schon viel geschrieben worden über gefährlichen Zahnbelag. Die Hauptursache von Parodontose. Mich hat aber viel mehr interessiert, wie ich mich davor schützen kann. Und da bin ich auf Mentadencee gekommen. Die schützt mich zwölf Stunden lang. Hier wird demonstriert, wie schnell sich gefährlicher Zahnbelag bildet. Mit Mentadencee wird diese Neubildung entscheidend gehemmt. Zwölf Stunden lang. Und damit fühle ich mich sicher vor Parodontose. Mentadencee. Mit dem Zwölf-Stunden-Schutz. Gluck, gluck, gluck. Sag mal, Christina, was trinkst du da gerade? Pepsi. Der Tee, ja. Wieso eigentlich ausgerechnet Pepsi? So, es schmeckt einfach toll. Schmeckt mir echt gut, ja. Gibt es da Unterschiede zu anderen Colas? Ja. Und wie kann man denn das rausfinden? Ich meine, es gibt ja... Ja, durch den Pepsi-Test. Leute, macht ihr doch auch einfach mal den Pepsi-Test. Schmeckt einfach mal mehrere Colas, die ihr euch ausgesucht habt, nebeneinander zu den gleichen Bedingungen. Macht den Pepsi-Test. Nur dein Geschmack entscheidet. Schmeckt einfach mal andere Stihlisch-Test. Schmeckt einfach mal unsere Frästchen. Schmeckt einfach mal die Hände. Schmeckt einfach mal die Chaos-Test. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.